Chat, Freunde, seid ihr ready? Seid ihr ready? Weil ich bin's nicht. Chat ist nicht so überzeugend, ne. Dann machen wir es einfach nächste Woche. Leute, die Discord-Crew hat sich wieder zusammengesetzt. Hat in einer schweren und langen... Ne, ist mir zu viel. Ist einfach zu spannend. Das geht nicht. Lange Nacht. Die besten Clips für das Jahr 2021. Oh, schon wieder ein Clip, Digga. Leck mich doch am A... Hi, wir sind es wieder. Willkommen zum Best-of-Video aus dem Jahr. Excuse me, wir haben 2023. Wir haben wieder viel zu viel Material. Daher sage ich nur, rein. In Runde 4. Zunächst aber noch ein... Ich hab full-on Gänsehaut, ne. Wirklich full-on Gänsehaut, Digga. Das war auch schon so ein Meisterwerk, Digga. Bro! Der ist immer für einen Lacher gut. Nicht wahr? Starten wir rein. Okay. Let's go. Ich hab's nicht gesehen. Nicht wahr? Starten wir rein. Okay. Let's go. Warte, ich fixe das kurz mit dem Onbo. Das Problem ist, dass deine... Savage. Community aus Trollen besteht. Und warum dann nicht gestern bei Lüdi? Wow. Lüdi ist ja auch liebenswert. Ich geh offline. Es reicht! Und ich versuche jetzt nicht, das Mike mit meinem Hals zu begehören. I don't know. Das sieht doch gut aus. Auf den Schock, ab in die Werbung. Und das heutige Video ist gesponsert von... Marvin, du bist zu einem Meter so, kann keiner springen. Ja, aber ich hab auch Kraft, um den richtig rein zu katapultieren. Wenn du das dir mal leichtst. Stell dir mal vor, ich kann das mit Anna machen. Anna kann dich einfach so an einem Arm hochheben. Das ist kein Problem. Ich weiß gar nicht, wie viel er ist. Wie Geler sind wir jetzt, die alle eine VR-Brille haben? Der Sandro hat eine. Der Basti hat eine. Der Joey. Der Phil. Der Cem. Der Tastix. Ich. Dicker. Was hast du da für Bilder rausgesucht, um Gottes Willen? Der Sitzi. Also schon mal mindestens acht Leute. All around me. Sorry, Gary. Hat der das Bild extra dafür gemacht, Digga? Gary, kannst du mal bitte in deine Cam gucken und ganz traurig tun und mir davon ein Foto schicken? Hat der? Meine Brille beschlägt übrigens jetzt schon und mir kommen schon die ersten Tränen. Aber vor Lachen. Vor Lachen. Gott ey, wir sind erst bei zwei Minuten. Das wird intens. So hab's genommen, ihr Victor. Den wir beim Sanktis. 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 Nein, nein. Dieser Scheißberg verfolgt mich. Sanktis. Weiß nicht, warum ich immer Sanktis. Weiß ich auch nicht. Ganz ehrlich. Ich bin schon froh, dass ich nicht wieder Sanktis sage. Weil man schreibt das mit Ä. Und die Schweizer sagen Sanktis. Sanktis. Ja, aber es wird mit Ä geschrieben. Ja, wie sonst? Ja, mit einem A. Weil Sanktis. Sanktis. Ich sage Sanktis. Sanktis, 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 Sanktis. Der verarscht mich. Der verarscht mich einfach. Wirklich immer. Der verarscht mich. Der sagt doch eins zu eins dasselbe. Sanktis. 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 Ich bin ja auch Sanktis. Also ein A spreche ich wie ein O und ein R spreche ich wie ein A. E späst du wie ein A. Sanktis. Wie, dann sage ich auch Sanktis. Sanktis. Dann sag ich Sanktis. 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 Sandro Ja Sandro Sandro Szentis Szentis Es ist nah Es ist ein fucking A, Digga Es macht auch keinen Sinn, es ist schwarz und deutsch Und Phil macht immer den Phil Phil hat immer Cam an Und dann beschreibt der Phil ganz exakt, was er Geil, der Phil kriegt auch sein Fett weg, Digga So, Freunde, ich werde jetzt Geil, Digga Das ist Phil Setup So sitzt er immer im Discord Das ist so geil Das Mikrofon muten, die Kamera ausschalten Richtung Kohleanzünder begeben Drei Kohlen auf den Kohleanzünder legen Diesen einschalten, reingehen Meine Köpfe reinigen, die vom Vortrag übrig geblieben sind Meine HMDs schrubben, damit diese wieder fein, säuberlich Und fertig zum Rauchen sind Diese anschließend trocknen, damit mir die Kohle nicht ausgeht Werde mir danach ein Köpfchen bauen Und werde dann wiederkommen, die Kamera wieder reaktivieren Das Mikrofon entmuten und mit euch zusammen Ein gemütliches Köpfchen genießen Nachdem ich mich nochmal mute, nochmal die Kamera ausschalte Und die Kohle nach 10 Minuten anzünden Abholen werde Bis gleich, euer Phil Mikrofon mute, Kamera aus, fertig Oh, können wir das immer einführen, dass ihr euch auch mit Hops nehmt und nicht nur über mich Bits raus Also ich geh dann mal Kohle legen Dann kurz aufs Klo Dann brauch ich nen Kopf Dreh die Kohlen und mach schon mal den Kopf davor sauber Bis dahin müsste die Kohle fertig sein und kann abgeholt werden Nachdem ich die Kohle in den Nagran Niemals ne längere Text-to-Speech-Nachricht bekomme Cam aus, Mic mute, Phil lief Den Film machen eben Und Menasmoos, 3 Uhr nachts Das kann ja nur ein Mensch eingeschickt haben Aber ich werde euch nicht verraten, wer es war Am Ende hasst ihr alle den Dennis 3 Uhr nachts Ich hab schon wieder Bock auf dein Hast du Dennis gesehen? Was? Wo war da Dennis? Nein Nein Aber ich werde euch nicht verraten, wer es war Am Ende hasst ihr alle den Dennis Ach Null What the fuck Ne, hab ich nicht gesehen, Digga Ich hab's echt schnell nicht gesehen Ich war so, ja, das ist Menasmoos Das ist richtig, ja Das ist Menasmoos Wie ich sie kenne 1 zu 1 Hoppala Ich mein Scheiße Ja, weil das Licht so heftig ballert Aber es geht absolut klar Ist echt gut, so ein Aufzug Nein, ich hab mir nicht das Mundschick ins Gesicht gehauen Hehehe Der Teller auf der Breeze Finde ich eigentlich ganz cool Wenn man irgendwie Angst hat, dass einem mal eine Ku Pfeifen aufbauen Kann ich Kohle runterfällt Aber ich finde so rum schon Äh Bisschen besser I imagine Einfach Spieletisch im Büro Dann gibt's ein neues Format Vier Jungs und ein Spieletisch Ne, vier Jungs ist doof Ich will ja auch Frauen einladen können For Friends And Fun For 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 Friends Fun For 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 Friends Fun For For Fun For 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 Friends am Fun For For Was, wie lange hast du allein für die Textanimation gesessen? Das ist der Name For Friends am Fun For 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 Friends Fun Fun For For Friends am Fun Digga, wie lange ging das denn? Ich dachte, das wäre vorbei For For Das ist es Fun For For Friends am Fun For For Das ist das Format, Digga Besteht er die Gefahr, dass Wasser hochzieht beim Drücken? Ne Ich hab's ehrlich gesagt noch nicht getestet Geisteskrank in die Breeze reinzuballern Ob man der Luft Sollen wir mal testen? Schafft man Sind die Clips für euch beim Gucken eigentlich genauso witzig wie für mich jetzt? Ist das so ein Ding? Kurze Tränen weg, mich Pause Wir sind bei Nummer zwei Und dann ist hier noch so eine kleine So ein Ding dabei Oh ja, das hab ich auf der Messe geschenkt bekommen So korrekt Ausgesetzt auf einer tropischen Insel Kämpfen sieben Kandidaten Sieben Tage Ich war dabei Boah Und ich Jetzt hast du es wieder ins Lächerliche gezogen Ich hätte das als Bewerbung für Staffel 4 von 7 in the Wild Da hätte ich das direkt reinschicken können Ich bin übrigens geisteskrank abgefuckt, ne? Wenn du das halt nicht sprichst, fällt dir das nicht so auf Das ist wie wenn jemand Englisch spricht Und du auch nur so einen ganz, ganz gleichen Dialekt hast Wo irgendjemand sagen würde Okay, der spricht perfekt Englisch Sandro Sandro Es geht nicht um den Dialekt Es geht darum, dass du selbst es 5000 Mal unterschiedlich sagst Aber mir dann erzählst, dass meins falsch ist Jetzt kommt halt auch immer etwas auf den Kontext davon Bro Willst du auf den Berg hoch, ist es der Santis Willst du vom Berg runter, ist es der Santis oder was? Da höre ich einmal, was Thorsten geschrieben hat Wie war das mit über Kleinigkeiten aufhingen? Das ist keine Kleinigkeit Das ist ein Thema, was mich seit mittlerweile Jahren verfolgt Ist echt so, immer noch Wir hatten es am Samstag davon im Humera Und heute schon wieder Allein diese Woche zweimal dieses scheiß Thema mit diesem Kackberg, Digga Systematisch Hopps nehmen Ich brauche einen HMD Restart? Ne, es funktioniert jetzt Go Es funktioniert jetzt wirklich Au Ich bin an den HMD gekommen Ich habe mir einen Finger verbrannt Scheiße Ich habe mir einen Finger verbrannt Schmutz Wir sind jetzt sauer Auf die Welt Weil das unfair ist Arm ist tuf, tuf Ja Ja Wie findest du Random Vapes? Kacke Kauf dir eine Shisha So random, Digga Kacke Kauf dir eine Shisha Körbis Körbis Achso Der Fär mit seinem Körbis Und die guckt mich so richtig mit großen Augen an und sagt Sie können aber gut Deutsch Junge Und ich denke mir nur so Der Husti mir die Story erzählt hat Ja Also war ich doppelt den Tränen nah Ja Einmal, weil das wirklich Also das macht mich wirklich fassungslos Und zweitens Weil Husti Stop 3 Das so witzig erzählt hat Nein Habt ihr es Digga, ich dachte es geht um die Husti-Story Auf einmal ziehe ich da einen Strike Ihr habt das gesehen, sehr gut Nochmal Boah, das war der Erschrecker Ja Digga, das ist wirklich Prank des Jahres So einfach, so gut Und so lustig war der auch nicht Fandst du nicht? Ich fand den Geisteskrank nice Das ist auch ein Banger, Digga Schmutz, wer was anderes sagt Kennst doch den Humor Aber ganz ehrlich Mir geht dieses AI-Thema mittlerweile auch ein bisschen auf den Sack Ich finde Du bist so ein Hund, Basti Du bist so ein Hund Wenn das der Cut wird Den ich denke Du bist so ein Hund Wenn wir uns sehen Junge Gnade dir Gott Bisschen lächerlich Das egal Ach Photoshop Beta Die sah ganz cool aus Das Ende von Vapes Oh ja, das war interessant Und festen Handyakkus Denn die EU hat nun eine neue Batterieverordnung beschlossen Darin ist vor allen Dingen geregelt, dass Batterien nicht fest verbaut sein sollen Zudem soll jeder Mann sie austauschen können Und zwar auch du Ich heiße Marvin Ja, auch du Marvin Wie weiß er das Wie weiß er das Blumen Digga, den hätten wir ihm eigentlich mal schicken müssen, oder? Oh Gott, jetzt kullern die Tränen schon Und ich hab zu spät gewischt Sind wir bei vier oder drei? Ich weiß es nicht mehr Eine Sache hab ich mir zum Geburtstag gewünscht Das ist eine Donauwelle von meiner Mama Ich liebe Donauwelle zu gucken Der Asti wusste nicht, was eine Donauwelle ist Und hat geguckt wie ein Pferd, Junge Ich wünschte, wir könnten wissen, was hast du gedacht, Digga Ich wünschte, du hast Donauwelle Das ist mein Dummkopf Oh Gott, oh Gott Oh Gott Fünf, der hat für drei gezählt schon Donauwelle von meiner Mama Ich liebe die Donauwelle zu Kuchen Okay Ich hab an Haare gedacht Was? Ich wünsch mir eine Donauwelle von meiner Mama Ich hab an Haare gedacht Das ist eine Dauerwelle, Digga Wenn du eine etwas größere Pfeife hast Dann nimm den Low Lip Aber ich hab jetzt hier zum Beispiel auch eine Ja, that's me You're probably wondering how I ended up in this situation Ach, du Scheiße Oh Gott, die Rauchwolke Oh, Digga, hast du die? Ja Riech mal da dran Holy Moly Übertrieben geil, oder? Ja Du musst ins Mikro reden Ach ja Holy Moly Wirklich, Leuten aus Wombach, ne? Nee, wie heißt das Gerät? Wolfspur Sag ich doch, Wolfspur Oh nein Auf dieser Linie Ja Fußpfiff Oh Gott, ist das tatsächlich schwerer Ich hätte safe noch fahren können Junge, diese Ader auf meinem Kopf sagt doch einfach, das sind wirklich 110% Leistung Stärker Gegenwind bei euch Both today and yesterday Ihr habt's gehört, er hat's mit A gesagt Ihr habt's genau gehört, er hat's mit A gesagt Du hast zu, Sandro, ich schwöre bei Gott, du hast es zu 100% mit einem A gesagt Ich glaube einfach, dass Schweizer A und A sind sehr nah zusammen und je nach Kontext ändert sich das, also je nach Wort klingt ein A auch eher wie ein A Wie würdest du sagen, wenn ich sage, ich esse was, ich esse etwas Asse? Asse Obviously A Das ist ein A Das ist ein A Nein Oder wenn du, ähm, halt schnell schreiben, wenn du das schreibst am Handy, dann mach mal ein E draus Weil A ist ihm etwas mühsam zum Schreiben, er hört mir gar nicht zu Der ist weg, Däger Und dann kommt die Scotch-Kenna Vomeks Im ersten Mal Einfach kurz alle Whisky Liebhaber Hops genommen Däger, das schmeckt wie, voll geschissen von der Kuh Hot take Shisha Tabak die es nicht mehr gibt, die du slash ihr krass vermisst wenn ja, warum Den alten Blacknana Da ist in La 66 Ah Blacknana Oh nein, nicht der Clip, nicht der Clip, nein, ach man. Boah, das ist eine 80. Was ist das? Digger, das ist ein Handy. Was? Digger, das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Der geht zum ersten Mal suchen und findet nach drei Sekunden ein scheiß iPhone im Sand. Digger, das ist ein Handy. Da wurde irgendeine App auf diesen Handy geladen. Was ist das auch? Textfick. Das ist Werbung, Digger. Ich bin so drauf reingefallen, Junge. Oh, Junge. Geil, ey. Nein. Bestes Streaming-Programm, X-Ray. Oh, Maschallah, das ist richtig stark. Hast du jetzt einfach Opa gewonnen? Ja, ich bin immer noch genauso dumm. Ja. Du hast einfach weiße Haare. Ja, weil du keine Haare mehr hast. Ding, 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 motherfucker. Den kriegst du zurück. Warte ab. Jibbi, wo den Kohle kommt, Digger, da muss auf jeden Fall einen runter. Keine Opiate mehr. Ach, hast du vorher das gute Zeug, ja? Nice. Wochen hat er sehr, sehr sauer und das spiegelt sich auch wie er im Geschmack wieder. Guckt euch den Blick vom Phil an. Wochen hat er sehr, sehr sauer und das spiegelt sich auch wie er im Geschmack wieder. Ich finde sehr, sehr saure Hauptnote im Flavor. Und im Nachgang hat er so ein leicht süßes, Entschuldigung, die ganze Zeit noch diese stumme Kommunikation. Der Alex versucht immer noch trocken das Stream hier durchzuziehen. Volle Professionalität, lässt sich nichts anmerken. Fipsi hat gerade einfach kurz mein Mundstil kaputt gemacht. Ist es für die Leute, die gerne die Streams gucken, glaube ich, ein sehr cooler Stream mit sehr vielen verschiedenen Ansichten. Sei es zu Tabak, zu Reis oder auch zu Aspartam. Jetzt wisst ihr genau, wie schnell hast du das Gehirn funktioniert. Was denn? Was ist denn jetzt schon wieder? Der hat sich gerade geschüttelt. Hast du es begeistert? Habt ihr das eine Zucken von der Schlagader gesehen? Mit sehr vielen verschiedenen Ansichten. Sei es zu Tabak, zu Reis oder auch zu Aspartam. Ja, ich glaube, Wasser hat auch zu Reis. Was denn? Was ist denn jetzt schon wieder? Der hat sich gerade geschüttelt. Hast du es begeistert? Pass auf, hast du es gesehen? Das ist nur Zeug genauso sch... Och, Digga, ich sehe schon wieder nichts. Das ist ja so nervig. Boah, geil, Digga, wir sind nicht mal bei einem Drittel. Durch die ganze Chemie-Krütze. Das ist wirklich so diese Woke-Mentalität. Das hatten wir am Sonntag, ne? Aspartam, Junge. Da müssen wir zwei Wochen Krebs haben. Digga, glaubst du wirklich, wenn Aspartam... Minimal krebserregend ist, dass uns das interessiert, wenn wir uns hier gerade acht Köpfe an einem Abend reinziehen? Oh nein! Es kommt bestimmt noch ein junger Clip. Ach, du Scheiße. Scheiß mal auf Konzerte. Einfach ein bisschen der SWG-Stream. Passt. Wie stehst du zum Triple-R-Sign von Fahrrad-Bang? Keine Ahnung, Digga. Geisterfahrer! Oh, Alter! Es riecht sehr unangenehm. Bandana? Wie bindet man so eine Bandana? Wie macht man das? Die Penner, Alter! Ein Flavor für mich wär's nicht, denn... Also, was Marvin noch nicht angesprochen hatte, ist, dass er so leicht nach Pappe schmeckt. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Nein. Aber wenn ihr so... Pappe? Pappe? Junge, das Ding macht Geräusche. Boah, Junge, das könnte man auch so als Drogen-Clip nehmen. Pappe? Egal. Der Flugsaurier? Ja. Boah, der fliegt zu dir? Marvin? Ich hab by the way 13,9 waren. Auf Trollbasis! Okay, können wir jetzt wieder ernst bleiben? W***. Ganz kurz noch mal zu dem, der hat so was leicht von diesem Karten. Halepo-Eis. Isst du das? Kennt ihr das? Dieses Zit... Ach, der ist so. Zitrone. Kann das sein? Egal. Ich muss aber noch ergänzen. Und die beiden Jungs haben gerade gesagt, nein, so ist es nicht. Aber ich finde, da ist so was leicht sahniges noch dabei. Als ob da so ein kleiner Touch Sahne noch dabei ist. So wirklich im Hintergrund. Und wenn du dich nur so ein bisschen darauf konzentrierst, schmeckst du es eigentlich raus. Kann man auch sagen, dass es entweder einfach nur die Mango ist. Die gute alte Geschichte. Oh, ist das böse, Digga. Aber haben wir dir gesagt, was wir da denken, Basti? Haben wir dir das danach erzählt? Großeltern dachten, ich wäre Drogenabhängig. Testix kommt nie wieder. Stimmt wirklich. Die wussten halt nicht, dass Shisha nichts mit Drogen zu tun hat. Und als ich dann das öfteren Mal den Lungentorpedo gezündet habe, war meine Großeltern. Oh Gott, Junge, du warst doch immer so brav. Und jetzt die Drogen... Kannst du einen Junge-Song? ...auch noch zu Hause im Hof bei den Eltern. Was denkst du dir denn bloß? Junge, Junge, warum hast du nichts gelernt? Und wie du wieder aussiehst... Okay, doch. Boah. Hast du, du musst aber es an deinem Mikro vorstellen. Oh, warte, ich glaube, ich komme dran. Ja, jetzt ist besser. Viel besser. Viel besser. Du siehst und redest komisch. Du siehst wie ein Krieger. Okay, okay. So schlieb. Sollst du nicht sagen. Sie hat den Mund. Du musst leise sein, du billige Hose. Du billige Hose, das ist der. Der Mann studiert... Ja, genau. Jura, ich wollte gerade sagen, der Mann studiert Jura. Zwei Semester in einem. Weil eins zu einfach ist. Du siehst aus wie Hose. Stirbt. Lass dir erzähl doch mal, was schmeckst du denn raus aus dem Mix? Corona-Check. Falsch. Okay. Ich finde da schon Killer, den Clip. Es schmeckt nach Kokosnuss. Kokosnuss, Alter. Das ist der Blauwehre von Tenji. Das ist ebenfalls falsch. Okay. Hast du die Dinger? Du bist so ein Schlagfahr. Check mal raus. Au. Da habe ich runtergeworfen, ne? Ein Member. Wer geht schon... Das ist doch Horrorfilm 101. Geh nicht alleine nachts in den Keller, Digga, wenn's Licht nicht geht. Das kann nicht funktionieren. Obviously bist du tot in 30 Sekunden. Oh nein, es gab ja noch den Halloween-Stream. Ach du Scheiße. Das sind diese Situationen, wenn du die in einem Horrorfilm siehst und denkst, tu's nicht, Bro. Und er macht's trotzdem. Guess what? Er wird gemäuchelmördert. Das ist doch schon ein bisschen süß. Nein. Oh nein. Ach, Digga. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Holy shit. Aber VR-Horror-Games zocken... Wo ist eigentlich dieser Pulli, Digga? Den habe ich nicht in dem Schrank. Wo ist der? Auf gar keinen Fall, Digga. Ja, ich verstehe. Und deshalb machen wir jetzt genau das. Ja, genau. Wer will anfangen? Du. So, die Kopflampen werden immer an sein. Die haben aber jeweils nur 100 Lumen. Und 100 Lumen, das sind nicht viele Lumen. Das sind nämlich nur 100. Quick Mass. Was? Was? Da hinten ist die Tür offen. Ich kann so ein B***er sein. Weißt du, was mich nervt? Hier ist eine Batterie. Das heißt, das Spiel geht noch länger. Ja, natürlich geht das noch länger, Digga. Wir bewegen uns ja auch fast nicht fort. Ich habe mir fast die Hose geschissen. Nur weil Astrid so geschrien hat. Sie ist ja auch fast nicht fort. Ist euch auch mal aufgefallen? Wie Astrid dich erschreckt? Was? Sie macht immer so mal... Ja! Jetzt gehst du immer noch mit, Dario. Na, hast du meine Hose schon klitschen? Dass ich da immer die Tränen abwischen muss, Alter. Das ist bis jetzt eine absolute 10 von 10, oder, Chad? Wir haben uns beruhigt. Wir sehen wieder was. Hey, wie ich geitspä... Ich will den noch einmal sehen. Ist ja auch fast nicht fort. Wenn, mnie sport... Ein Heywischkeitsspäter. Jetzt will ich sofort. Wenkelpulli Ist lecker Tut mir leid wird nix Aber im Großen und Ganzen Das war ein guter Stream, oder? Sich das mal beruhigen Und dann pendelt sich das irgendwann wieder ein Weil die Leute, die vor Corona geraucht haben Werden zum größten Teil auch jetzt noch Die Leute, die vor Corona Shisha geraucht haben Werden zum größten Teil auch jetzt noch Shisha rauchen Naja, ich weiß nicht, was ich da wieder gemacht habe Eigentlich nix, oder der Satz war Warum hatte mein Gehirn einfach kurz Urlaub Die zwei wären, glaube ich, leider keine Freunde Und ich würde die Hand für ins Feuer legen Käfer Jate Also wenn ich die Clips sehe, ne? Der Typ hat doch ADHS, oder? Hast du gelesen, was da stand beim Käfer? Nee Jate Für ins Feuer legen Käfer Digga, wie soll man das denn auch lesen? Das ist eine Millisekunde Käfer Bist du ein Hund? Du Elender Hättest du lieber mal nach einem Daumen nach oben Nen Abo oder einem Primeshub gefragt, Basti? Nein In Clips, wo ich hops genommen werde Werde ich hops neben Saption Weißt du? Außerdem habt ihr auch reingeguckt Ha Jate Okay, tschüss Nur weil ihr alle keinen Musikgeschmack habt Und kein Verständnis für Kunst Das war ein geiler Song Erinnert ihr euch noch an dieses Placement Wo der Typ das Handy im Sand versteckt hat Um seinen scheiß Ja Wir erinnern uns Placement zu drehen Nicht mal in der ersten Sekunde Was? Digga Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Das ist Werbung, Digga Hi Na? Na? Alles gut? Talos, du verpasst Wenn ich das schreibe Dann schreibe ich das mit E Och nein Wie oft kommt dieser scheiß Berg In dem Video vor? Also wenn ich so am Handy Eine Nachricht schreibe Weil E immer so mühsam ist Zum schreiben Das ist kein Problem für mich Das ist vollkommen gerechtfertigt Dass das eigentlich ein A ist Also es klingt wie ein A Kommt davon Es wird Ihr sagt, dass es ein Ä Aber es wird geschrieben mit einem E Also das macht dir halt auch einfach Sinn Weißt du? Manchmal ist es auch ein I Also wenn ich jetzt sage Stopp, stopp, stopp Ich hab's probiert, Digga Ich hab's probiert Ich hab's wirklich probiert Ihr sprecht jetzt alle Hochdeutsch Schweizerdeutsch Ist ab jetzt verboten Also Ne, ist gecancelt Abonniert Da gibt es immer super Videos Und ich kann euch auch Das Video Geschichte Da sicher Falls ihr das noch nicht gesehen habt Da gibt extrem viel Arbeit rein Und es ist ein Sehr, sehr, sehr gutes Video Also geht das auf jeden Fall Noch anschauen Nach dem Stream Oder während dem Stream Aber jetzt nicht aus dem Stream raus Und dann könnt ihr Schon ein Cutie, oder? Ja Marvin auch noch auf TikTok folgen Da gibt es super Short Ausschnitte Zumindest einmal im Quartal, ja Einmal im Quartal Da kommen wirklich gute Sachen auf TikTok Versprochen Aus den Streams Instagram Auch ab und zu mal Bilder Aber täglich Storys Wirklich Storys? Ich hab letztens gesehen Ich hab schon über 30.000 Storys Auf Insta hochgeladen True Story Wenn ihr wissen wollt Wie Marvins Leben aussieht Geht bei ihm rein Auf Instagram Hallo, hallo, hallo Es wird Zeit Eine neue Minierubrik zu präsentieren Oh oh Es geht heiß her Oh oh Best of Bastis P*** Jokes Safe Kann ich das für meine Website haben, Basti? Ich frag für einen Freund Noch nicht genug von mir habt Hä? Ich will nicht bei der Fotze einkaufen Die war übel assi Oh, aber die hat diese Eier Die wir brauchen Nee, ich bin lieber der unten Ansonsten ist der andere tot Sehr lang kann auch sehr gut sein Kommt immer drauf an Ach, ist mir egal Ja, der packe ich schon Ich bin ja ein großer Juni, ne? Ist schon geil mit einem Pickup, ne? Ich weiß nicht, wie ich kommen will Ich glaube, ich werde danach nicht mehr Oh Gott Was habt ihr getan? Jesus Also wer keinen halbwegs soliden Kopf aus dem Popo rauskriegt Der macht wirklich was grundlegend falsch Oh Oh Hey, was? Warum fliegt das denn so wild durch die Gegend, Digga? Oh Ich hab mir sowas von ins Gesicht ge-ge-giszt, Junge Das ist natürlich bad timing mit der Cam, ne? Cam Nummer 2 down Wir sind bei Cam Nummer 3 Ich hab mir grad einen kompletten Facial gegeben Das ist so out of context, Digga Das ist so out of context Ich schwöre, das ist nicht das, wonach es aussieht So Junge, den Clip muss ich auf jeden Fall mal den Jungs schicken, die diesen Podcast machen Und heute, als der Basti in meiner Küche ein Köpfchen bauen wollte Heute ist uns eine Dose entgegengefallen Und das ist der ausländische, originale, must have, current Und das wird Na 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 na, yeah Das ist so krins You are the music in me You know the world Double fuck Wie sagt man so schön? Man ist nur dumm, wenn man denselben Fehler zweimal macht Das Ding ist halt Scheiße Muss ich da gar nicht drüber nachdenken Also wenn brauche ich da wieder Hilfe von einem Haufen Leute Dankeschön, Dankeschön Stellvertretend für jeden, der heute einen Sub da lässt Ich würde euch allen gerne so Die Hand schütteln Dankeschön 37 Monate Ehre, wer einen Prime Sub da lässt Oh, value of plenty Kriegt Einen Kopf Nein Ja Was für einen Kopf? Einen von Hukain Nein Ja Geil Da Hammer time Ich finde so einiges Ja wirklich Findest du auch Was? Bastis P***s Digga Ganz kurz Zu filmen Meinst du etwa Ja, ist gut Du lieferst zu viele Vorlagen Ja, ist wirklich Weißt du, was auch noch eine Vorlage Gut, also Jawohl Der Basti hat das vorbereitet Der hat genauso gestruggelt Der hat es nur off-cam gemacht Ja, und Aber ohne Gabel Mit reiner Manneskraft Mit deinem P*** Ja Basti Gott, ihr werdet mich hassen, wenn ihr draufkommt Okay, pass auf Bis jetzt macht es noch nicht so viel Sinn Was ist das? Okay Pass auf Pass auf Das ist das schönste Zebra, das ich jemals gesehen habe Wisst ihr, was auch das schönste ist, was ihr jemals gesehen habt? Oh, nein Ein Self-Plug Bastis P***s Joke An der Stelle, Digga Halt deinen Maul Halt Dein Maul, Junge Also erstens Fucking Ehre, dass Booth mit in dem Best of Us Ihr habt nen scheiß Werbeclip Für SWG-Merch gedreht Okay, jetzt sind wir bei den emotionalen Tränen angekommen R Für 10% mehr Rauch Wichtig Das ist nur ein Insider und ist nicht wissenschaftlich bewiesen Wie auch letztes Jahr gab es wieder ein ganz besonderes Highlight Die Shisha-Messe stand an und Marvin konnte mit Stimmt Für seine Community eine eigene Pop-Up-Shisha-Bey auf über 100 Quadratmeter in kürzester Zeit Aber wir alle, wir alle Zeit planen und aufbauen An der Stelle riesen Dank an alle, die geholfen haben Danke an das Omera-Team und natürlich an alle Partner Die den Stand mit Ware wie Pfeifen, Tabak und Kohle unterstützt haben Natürlich auch an die Shisha-Messe selbst Das ist nicht selbstverständlich Den Rest erzählt euch Marvin jetzt selbst Ein extra dickes Dankeschön raus Für 3 Monate Tier 2 Gut, ein weiterer Monat für den Messe stand No Ja, da hab ich auf jeden Fall Nachrichten Wir haben eben auf dem Discord noch drüber geredet Ob ich's direkt einfach erzählen soll Und zwar hatten wir ja am Donnerstag einen Das kommt jetzt gar nicht so bedrohlich Das kommt jetzt gar nicht so bedrohlich, weil man wusste, dass es gut gegangen ist Sehr, sehr wilden Stream Ich wollte eigentlich nur in aller Ruhe einen Shisha-Messe-Special-Stream machen Und das haben wir auch gemacht Wir haben alle möglichen Messe-Infos rausgehauen Also 28, 29, 30. April in Frankfurt Wir haben uns dann danach die Ausstellerliste angeguckt Und haben dann gesehen, dass D18 frei ist Ich hab eben gesehen, dass D18 frei ist Ich könnte auch einfach mal die Shisha-Messe fragen, ob ich D18 haben kann Und dann seid ihr so sehr ausgerastet, dass ich mir dachte Okay, weißt du was? Ich frag jetzt einfach mal nach bei der Shisha-Messe Dann hab ich dem Hamid geschrieben von Shisha-Messe Und dann hat mich der Hamid zurückgerufen Und dann hat der Hamid gesagt, der ist weg Aber ich hätte ja noch den F01 Und der war halt nicht 35 Quadratmeter, sondern 102 Quadratmeter Und dann hab ich gesagt, okay, lass mich mal drüber nachdenken Ich kann das jetzt nicht einfach so entscheiden Und das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Kopfschmerzen am Freitag Und sehr viel Arbeit Ich kann das nicht einfach mal drüber nachdenken Ah, Diga SWG-Messestand Let's fucking go, Diga Wir haben den fucking Messestand, Freunde Wir haben 102 Quadratmeter auf der Shisha-Messe Wir haben den fucking Messestand, Freunde Wir haben den fucking Messestand, Freunde Wir haben die ganze Zeit, Freunde Wir haben die ganze Zeit, Freunde Wir haben die ganze Zeit pues Der SWG-Stand ist sowieso alles cringe Aufseker, wir haben Spaß Nice Ich bin innerlich tot Aber ist schön Untertitelung des ZDF, 2020 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 Haben wir ja eben drüber geredet, weil wir dann zwei Variablen verändern würden und ich nicht mehr eine gezielt bewerten kann. Wenn ich den Akrani auf einem Onmo rauche, wenn du jetzt überlegst, von beiden haben wir ungefähr 8 Gramm. Und wir haben einen deutlich größeren Must-Have-Anteil, einen deutlich größeren Hukain-Anteil, als wir Hukain... Ach, Digger! Tut mir leid, wenn ich das frage, aber ist Kiss mit White Cherry besser zum Purrauchen oder zum Mischen, wenn ja mit was? Geht beides ganz gut, wobei ich Kiss mit relativ selten Purrauche, kannst du aber. Aber ich fand mit Zitronekiller, ich fand mit einem anderen Kirschekiller, zum Beispiel noch mit Loyal oder sowas, Kirscherkohle, Kirscher, Kirschekohle ist auch immer geil. Ja, das wäre... Scheiße, Digger, den Kirscheversprecher habe ich gemerkt, aber das mit der Kohle, oh Mann. So meine spontanen Empfehlungen. Für alle, die noch auf YouTube sind, da zocken wir noch eine Runde und rauchen jetzt noch gemütlich dieses Köpfchen. Kommen Sie gerne mit, die Mods packen euch bestimmt nochmal den Twitch-Chat in den YouTube-Link. Kommt gerne mit... Was ist denn mit meinem Gehirn? Was ist denn da schiefgelaufen, Digger? Hast du vor einen Stream, beziehungsweise ein Video von der Messe zu machen? Video, yes, Messe, auf keinen Fall. Video, yes, Messe, auf keinen Fall. Vor einen Stream, beziehungsweise ein Video von der Messe zu machen? Video, yes, Messe, auf keinen Fall. Mit dieser Selbstsicherheit, Digger. Messe, auf keinen Fall. Und sagt, irgendwie ist es schon ganz schön warm. Oder findet ihr nicht? Und ich dachte nur so, ach stimmt, ist wirklich warm. Jaja, stimmt, ist wirklich warm. Auf einmal ziehen synchron 15 oder 20 Leute im Umera ihren Pulli aus. Und was haben sie drunter? Das Shirt mit dem Zebra als Logo. Ihr habt mich so geisteskrank hops genommen. Und dann habe ich auch ein Zebra-Merch-Shirt bekommen. Das ist aber leider schon in der Wäsche. Alle meine Klamotten von der Messe mussten definitiv in die Wäsche. ASAP. Und da sind sie jetzt auch. Aber dieser Moment, wo sich 15 Mann oder 20 Mann und Frau den Hoodie ausziehen und darunter dieses Zebra-Shirt ist, ich glaube, ich war so... Was hältst du von Selbstsündern? Ja, der Filler hat ja schon die richtige Antwort gegeben. Was hältst du von Selbstsündern? Man muss aber auch mal festhalten. Das wirkt jetzt ziemlich viel, weil die Clips alle aneinander sind. Aber wenn ihr überlegt, wie viele Stunden ich im Jahr streame, wenn ihr reden würdet, würdet ihr euch wirklich weniger versprechen? Was hältst du von Selbstsündern? Abstand. Mir musst du es nicht erzählen. Wie gesagt, ich rauche ja auch wie ein Schlot und mache trotzdem viel Sport und komme trotzdem gut klar. Es wäre wahrscheinlich trotzdem besser, wenn man nicht raucht. Wir können versuchen, uns das so lange, wie wir wollen, schön zu rauchen. Am besten finde ich es aber immer, wenn ich es merke und genau weiß, was passieren wird mit dem Clip. Auf der Terrasse erstmal Pfeife gönnen mit der Aussicht. Digga, kannst du ja wohl ein Gift draufnehmen, dass ich auf dieser Pfeife dann instant eine schöne Pfeife ballern würde. So, also an alle auf YouTube. Kommt ja drüber auf Kick oder Twitter. Da geht es noch weiter. Klar, der gute alte Twitter-Stream von SWG. Würdest du den Hooker in Leschlib auf der Ultimate empfehlen? Nee. Ich finde, es gibt bessere Meerlauchköpfe als den Leschlib. Ich würde den Wandenberg V2 nehmen. Hä? Ach nee, ihr seid aber auch... Oder Superforator. Und dann wird das so alle drei Monate mal so ausgestellt, so einmal in der Uni. Und du hast basically einen kostenlosen Bluttest. Ja, und du kriegst Snacks danach. Was für Snacks? Na, so Nick-Nacks, Sneakers. Wie viel? I see hast du. I see. Sneakers. Wie viel Sneakers kriegst du? Von Nike oder Adidas? Nike, Nike, Nike. Nike. Und was hältst du von Bananenweizen? Geil. Ist geil, ne? Richtig geil, Digga. Bananenweizen. Bananenweizen fand ich immer geiler. Okay. Ja. Fühl ich auch, aber Kirschweizen ist auch stark. Gibt es auch einen Kibar-Weizen? Weiß ich nicht. Habe ich noch nie geraucht. Er sagt es auch! Und Kevin, grüße, Digga. Du weißt nicht, wo du hier reingelagert bist. Weißt du? Es ist ein cooler Erste. Da war aber auch Alkohol im Spiel. Das ist der Eindruck, aber es ist leider nicht so aussagekräftig am Ende des Tabaks. Am Ende des Tabaks. Du merkst schon, mein Leben dreht sich sehr um Tabak. Tag es. So, schreib mir bitte mal in der Flüsternachricht FIFA Vorname, Nachnummer, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, sodass man ein Paket zu dir schicken kann. Vorname, Nachnummer. Vorname, Nachnummer. Ich glaube, ich habe alles, ne? Vorname, Nachnummer. Nachnummer. So, Vorname, Nachnummer. Was habe ich denn mit dieser Gott-Damn-Nachnummer, Junge? Hatte vor zwei Wochen das Fenster offen, da hat irgendein Depp einen Pollenböller um zwei Uhr nachts ge- Der gute alte Pollenböller. Der Albtraum vom Je-Masmatiker. Zündet perfekt. Wenn du ein bisschen weniger Geld ausgeben willst, dann würde ich dir die Viral Evoke empfehlen. Die kannst du dir zum Beispiel bei Aeon holen, da gibt es auch den Code SWG, kriegst du noch ein kleines Goodie on top. Und zu beiden Videos gibt es auch Pfeifen, also wenn du dir da nochmal ein gescheites Review angucken willst, guckst du mal auf meinem YouTube-Channel vorbei. Selbst wenn jemand nicht mit viel Hitze raucht, ist es trotzdem im Vergleich zu wie in Dubai oder so geraucht wird, ist das trotzdem sehr high-heat, was wir machen, ne? Und in Dubai, in Dubai, in... Aber wenn du schon Abo und Sub, also wenn du schon Mitglied und Sub bist, ist das schon ein extrem geiler Support, Digga. Also, da... Die... 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 Imagine, es würde die Funktion geben. Jetzt rede ich da drüber, dann habe ich da drüber geraucht und man könnte einfach sagen, klick mal auf Marker 2 und bub, die Leute sind genau an der Stelle. Das ist noch gar nicht lange her, ne? Die neue Brille ist cool, aber es ist geiler, dass ich die Brille loswerde, als dass ich mich jetzt unglaublich auf die neue Brille freue. Ihr versteht, was ich meine, oder? Ich muss mich nicht wieder auf den Kopf und Kragen regen. Re... So... Und da gab es in Deutschland, in den Läden, Tabak, Shisha-Tabak, aber nur Schmutz und vor allem nur Tabak, der komplett furztrocken war, weil es noch nicht diese Extrakategorie für was... 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 Also, ich halte die Dose leicht schräg und lasse dann einfach locker fluckig Ha! Ha! Der passt dir auch! Locker fluckig! Auch dieses Jahr hat Marvin wieder mehrere Spiele für sich entdeckt. Hier sind ebenso einige lustige Clips entstanden, die es in das Best-Of geschafft haben. Wir kommen zum Part, wo SWG 10 erneut nach den Sternen greift. weiterhin auf der Suche, dem Quest nach Ruhm, Anerkennung und Preisgeldern in der ESL. Rechts von wo du warst? Was? Bro! Wo ist Schlüssel? Genau vor dir? Genau vor dir? Was genau? Von wo? Wirklich? Ich sehe das Scheißding nicht. Wollte mich jetzt... Der Marker an der Wand... Nein! Das ist das Schloss! Aber wo ist der Schlüssel? Oh! Der Tod! Komm von oben! Ich esse… Oh! Boah! Der war so schön! Der ging rein! Oh nein nein! Oh ne! ESL? Ja, genau. Ja, ich würde gerne ein Pro-Team von Ihnen übernehmen. Richtig. Ja, was war das? Ich habe niemals was Geileres gemacht als das. Leider aber. Niemals. Wir haben einen fucking Meisterstand, Freunde. Mach Stress, Timo. Hallo? Hallo, 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 hallo. Ich dachte, wir sind hier in der großen Liga, Jungs. 2500. Du elendest Scheißfehl. Setz dich irgendwo hin und ich f*** dich. Du drückst mit deinen körperlichen Bewegungen genau das aus, was ich hier auch fühle. Das ist jetzt nicht sein scheiß Ernst. Ich wollte hier Abmoderation mit ihm zusammen machen. Oh, nein. Hä? Warum? Blau war das nicht für mich. Ich hatte meine Hand nicht mehr an der Tastatur. Ich habe die extra in die Cam gehalten, Digga. In dein Maul, ich war das nicht. Gelb, du, drüben, 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 drüben. Gelb? Oh, kram, holt auf. Nein, nein, nein. Du musst nur hoch und runter. Wenn du mich abfuckst und Vollidiot in mich reinfickst, dann bist du selbst schuld. Komm rüber. Nein. Vielleicht nicht, wenn Leute auf deinem Scheißkopf sind und du nicht springen kannst. Kommt doch einfach alle mal nach rechts gelaufen. Ja, so. Wer? 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 War das nötig, auf jeden Schuss ein No zu schneiden? Nein. 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 Wer hat es erraten? Wer hat es erraten, Digga? Ach so. Ja, ich bin über der Neck. Ja, kompletter DC, oder? Alle Tote. Loll, ich fliege in der Luft. Was ist hier denn passiert? Ach, mein, nur mein, was ist, was passiert denn jetzt? Ja, nur die Zugmaschine. Hallo, ich mach nichts, hier dreht sich alles im Kreis. Stopp. Hallo. Was passiert hier? Ich mach gar nichts, Digga. Disco ETS-Modus. Ich hab in dem Spiel nichts gemacht. Hallo, Spielpause. Ah, ich guck rechts, komm ein bisschen Pfeifen rauf, aber ich guck links, ah, ich guck längs. Guck nicht mehr längs. Digga. Müssen wir hier raus? Oh Gott, Marvin, du hast das Auto mitgenommen. Entschuldigung. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, das könnte in der Kurve eng werden. Oh, Basti, what the fuck? Was war das denn, Digga? Ach, Digga, was machst du? Marvin hat uns einfach einig, weil er hat, wer ist diese Verkehrsregel? Ja. Nee, der muss die berührt. Oh, das ist das für richtig. Oh, ja. Jeein, nee, nein, Cem, fahrt, Cem, Cem. Stopp, stopp. Gary steht hier, stopp. Du bist nur einig. Ganz easy, Digga. Ich hab nicht mit 120. Oh Gott. Oh Gott, Medo. Wirklich, wenn wir einfach Spiele spielen und nichts anständig hinbekommen. Stopp, Vollbremsung, Vollbremsung. Kannst nicht viel mehr. Ach, Digga. Oh Scheiße, das ist zu eng, das ist zu eng. Ah, Junge! Ich bin der Meister Lkw-Fahrer, Junge. So unabdurchtig, Mann. Hasti! Hasti! Passt, Alter. Fuck! Alter! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Vollbremsung. Ich seh's, oh Gott. Mann, Jungs, ihr habt mein ganzes Spiel kaputt gemacht. Ich hab den Tempomat grad auf 800 hochgedrückt. Und dann musste ich bremsen wegen euch. Okay, Digga. Was ist denn da bei Asti? Die ist hinter der Leitplanke, Digga. Was ist das? Wie ist Asti dahin? Du kommst nie wieder rein, da geht's runter! Alter! Wie hoch kann man eigentlich sein Tempomat einstellen? Perfekt. Alter! Danke dir, Gary! Danke dir! Danke dir! Ey, Basti, Junge! Gut, hasti, Abfahrt! Junge, was ist mit dir? Ist doch entspannt! Ist doch entspannt! Jetzt! Oh ja, da! Ey, Basti! Digga, wirklich! Du bist so ein Hund in diesem Game, Basti! Können wir Basti aus unserem Club schmeißen? Warum? Mit dem Rauswurf von Basti endet auch das beste Off von Shisha WG 2023. Boah, Digga! Ich will die Discord Crew hoffen! Ihr hattet Spaß beim Zuschauen! Bis zum nächsten Jahr! Danke, Marvin! Danke, Community! 60 Gig! Digga! Absolut krank! Also wirklich absolute 10 von 10! Heilige Scheiße! Das war wirklich geisteskrank! Und auch von mir nochmal ein riesen, riesen Dankeschön! Also die Arbeit! Ich schätze, ich kann sowas ganz gut einschätzen! Das ist wirklich insane! Und auch das Editing, Basti! Junge, man merkt auch einfach, wie du von Jahr zu Jahr krasser wirst, ne? Ganz, 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 ganz krass! Dickes, dickes Dankeschön an Basti, aber auch an alle anderen! Weil, wie es, wie da eben stand, ne? Die Arbeit! 30 Stunden Arbeit, Digga! Müsst ihr euch mal überlegen, wie lang die Jungs und Mädels da gesessen haben, um die ganzen Clips rauszusuchen! Und das dann alles noch in so ein Paket zu packen! Heilige Scheiße! Ai, 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 ai! Was für eine Achterbahn, oder? Was ein Jahr! Boah, der Part mit der Messe hat mich so geblindsided, ne? Irgendwie hätt's mir eigentlich klar sein müssen, ne? Aber dass der mich so heftig erwischt, hätte ich nicht gedacht! Dankeschön! Dankeschön, 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 Dankeschön! Papiipopi